Diese Emotionen und Mentalität in der Mannschaft sind entscheidender, weil wir reden jetzt langsam über eine Generation, die sich selber schon in Frage stellt. Ich glaube, dass die letzten Turniere jetzt einen Schaden hinterlassen haben, Köpfe der Mannschaft, also dieses Siegergehen, das es ja immer von dieser Turniermannschaft Deutschland gegeben hat, wo man immer sicher war, man kommt weiter, dass man in der letzten Minute noch ein Spiel drehen kann, das sehe ich in dieser Mannschaft nicht. Das Mittelfeld hat sich dann irgendwie emotional, würde ich sagen, ergeben und solche Spiele aus der Hand zu geben, das war das große wirklich Wunder gestern, dass man wirklich sagt, man führt im eigenen Stadion, die Türken haben überhaupt keinen Zugriff und man gibt es wieder her. Und das glaube ich ist ein Problem, das kann auch Julian Nagelsmann in der Kürze der Zeit nicht aus den Köpfen der Mannschaft rausholen. Man muss sagen, es ist schon ein bisschen so, wir sind das Leverkusen des internationalen Fußballs inzwischen.